Yo, Jigatobe wieder am Start. Weiter geht es hier jetzt hier. So, ich habe euch ein bisschen geredet über die Dislikes und so weiteres. Worum die Leute, ja, einige immer gibt, die das nicht mögen. Aber okay, kann man verstehen. Nicht jeder kann das und das mögen. Aber ich will nicht immer wieder auf dieses Thema ansprechen. Habe ich ja schon im letzten Part gemacht. Aber, äh, ja. Ich hoffe, es gefällt trotzdem den ein oder anderen diesen neuen Talis-Aufteil. Was sind das für Kreaturen? Gut, dann zeigen wir es denen mal. Oh, während des Kampfes gibt es eine Anleitung, in der die Steuerung erklärt wird. Nein, ich kenne... Weiß das doch schon. Das ist doch Bibelfax hier. Wind Blade. Ich habe ein bisschen Team-Power jetzt hier. Hey, das sah gerade episch aus. Diese Team-Kombos sind manchmal so was von fett gemacht. Das haben die immer sehr, sehr gut und ich habe ein bisschen Sinn-Gesetz auch hier mit den Animationen nebenbei. Japanische Rollenspieler halt, ne? Cool, wir haben Stiefeln bekommen. Stiefeln! Äh, da. Macht uns auf jeden Fall besser. Geben wir ihm mal Umhang. Der braucht ja jetzt immer noch gar nichts. Ach ja, immer dieses frühere Style so ein bisschen. Es ist dennoch modern, dieser neue Tales of, aber es ist dennoch auch, äh, ja, irgendwie so ähnlich von diesen früheren, ähm, frühen japanischen Rollenspiele. Und das macht, glaube ich, auch ein Tales of auch aus. Es hebt sich nicht so ab, wie die anderen Mainstream-Games so mäßig. Aber dennoch sind die nichts Falsches. Also, die Final Fantasy und die anderen, alle Rollenspiele haben so gesehen auch so ihre Besonderheiten, wo ich dann sagen würde, ey, das ist richtig cool. Oh, Ereignisliste. Jetzt haben wir hier soweit alles abgeschlossen. Und, äh, jetzt müssen wir zum Kunden, ne? Im Seehafen. Wir haben so gesehen jetzt die Mission geschafft. Müssen wir jetzt noch Bericht erstatten. Wow. Wow, wow, wow. Ich hoffe mal nicht, dass er schneller ist als wir. Also, hier können wir langsamer laufen, wenn wir Kreis drücken. Oh, da kriegen wir noch Kohle. Ey, ey, ey. Ich finde auch diesen Zeichen ist die echt nice. Obwohl die Engine eigentlich so fast genauso wie das gleiche ist wie Talos of Grace F. Eigentlich soweit genauso. Aber, naja, ich mach mir jetzt nichts draus mit Grafik und so weiteres. Schließlich soll ja auch die Story echt nice sein. Na, da kommt auch her. Ihr wollt wohl unbedingt auf die Mütze kriegen. Oh, die sind ja verwirrt. Angeschlagen. Sehr schön. Wäre echt schade, wenn ich dieses Projekt auch abbrechen würde. Wäre Quatsch. Ich will überhaupt gar nicht abbrechen, eigentlich. Extra vorteilhafte Begegnung. Wenn du einen Gegner, also, wenn du einen Kampf beginnst, in dem du einen Feind unbemerkt von hinten berührst, fügst du deinen Gegner zu Beginn des Kampfes nicht nur Schaden zu, sondern betäubst sie auch noch. Oh yeah. Also so ein Präsidivschlag, was man ja auch bei Final Fantasy kennt oder auch bei anderen RPGs. Finde ich eigentlich auch recht nice. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Hier lauern überall Monster. Wir sind gleich wieder zurück beim Seehafen. Aber ich will erst mal kurz noch speichern. So. So, hier sind wir wieder zurück. Äh, wo ist denn unser Questgeber? Da. Hallo. Wir haben das erfüllt. Those monsters won't be tinkling in your water supply anymore. Ha, pinker. Wonderful. Thank you for your help. Yeah. And that's how it's done. What were that came from, too? Lots of people with problems out there and gall to make them go away. You're a real pro at this, Alvin. Hey! Hmm, no fever. How are you feeling? I don't seem to have any strength. Um, have you been eating properly? I've never eaten. Ever? Through Sylph, I drew life from the air. With Undine's power, I received sustenance from the water. What's she talking about? I guess the spirits gave her all the energy she needed. Well, now you're gonna have to nourish yourself the old-fashioned way. I see. So this is what you call hunger. Fascinating. So, should we rest at the inn? Now that you mention it, I could use some grub myself. Ah, that Auto-Object-System wurde freigeschaltet. Figuren, die auf automatisch gestellt sind, verwenden beim Kämpfen Objekte. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die in Strategie-Menü eingestellt werden können. Mit den richtigen Einstellungen kannst du dir einen großen Kampfvorteil sichern. Mache Objekte, manche Objekte wurden vorab für dich eingestellt. Probiere sie aus, um dich mit den Systemen vertraut zu machen. Oh, yo. Immer sehr komplex, ne? Soweit? Okay, steck ins Gasthaus ab. Geist, cool. Äh, Gasthaus. Ähm. Da oben. Da oben. Willkommen. Three rooms, please. But before that, can we get something to eat? Oh, my apologies, but our cook isn't in yet. Hey, is she okay? Can we at least use your kitchen? Yes, please, help yourself. Your friend looks like she's about to pass out. My stomach, it really is growling. And here I thought that was just a silly human expression. Yeah, Mina, now I have to get to know how to eat how to eat and hunger and not by magic powers or by spirits. Hey, not bad. Not bad. It's good. I quite enjoy ingesting calories with you. Humans should learn to cherish these simple pleasures. Good morning, Alvin. Sorry, you had to carry me up there. don't worry about it. Just part of the job. Oh? Huh. So now what are you going to do? Well. Good morning. Good day, Jude. I was just about to share my plans with Alvin. What is it? I'm thinking of returning to Nia Cara. Is that your hometown? More accurately, it's where my shrine is. If I go back, I might be able to resummon the four. So, she really is Maxwell. This is where you come in, Jude. Will you accompany me to Nia Cara? What? It's true that you brought your current situation upon yourself, but I bear some of the blame as well. I'll put in a good word for you with the people of Nia Cara. I'm sure they'll look after you. Wow, you've put a lot of thought into this. Yes. Remember when you told me I seemed unconcerned? I decided to take that to heart. Mila, you don't need to practice your sword play anymore? No need to concern yourself with my martial abilities. If nothing else, you know how to swing the pointy end. Okay. I'll come with you. Good. You needn't worry. A little more practice wouldn't hurt, though. You think so? Better safe than sorry. Come find me once you're ready to go. Wait, you're coming with us, Alvin? Why not? I've come this far. Hey, Mila? Hm? Thanks. Ja, die freuen sich ja immer mehr an. Das ist auch eigentlich ganz cool. Und rede mit Alvin und verlasse dann die Stadt. Eigentlich recht schick gemacht hier. Speichern. So. So. wir machen jetzt mal von der Location erst mal ein Fangmail. So. Denke ich mal. Weil das nicht ist, keine Ahnung, bin ich auf irgendwas anderes gestoßen, was ich denn so als Bild nehmen würde. naja, auf jeden Fall, ähm, wo ist Alvin? Da. Ready to hit the road? Mila, you said it's north of here? No far. Less than half a day's fly time. If we could fly using Sylph's power. Oh, well, I'm afraid my wings are, you know, non-existent. I hope we can find a place to rest along the way. The map showed a village in that direction, so we should be okay. Either way, we can't just stay here. We must press forward. I know, I know. Ah, wir müssen jetzt im Dorf, okay. Hm, hm. That was quite a sigh. So seriously, you guys are spying for Azul, right? What? Of course not. I've never heard of the Military Powers Act being used against anyone other than Azul's spies. You're thinking too much into this. Why are you so concerned about this? Unless you're spying for Rashagol. No, no. I was just thinking that if you were spying for Azul, maybe you could use your connections to score me some high-paying intelligence work. Sorry to disappoint you, but I assure you, I will pay your fee. You just have to wait a little bit longer. Fair enough. But even with your special friend discount, the interest is piling up. Vielleicht eine Erkenntnis. Is Milo really that Maxwell? She does act a bit nutty, but she looks normal enough. I think it's true. When I first met her, Milo had the four great spirits with her. What? Get out of here. No, seriously. Fire spirit, Efrit. Water spirit, Undin. Wind spirit, Silph. And Earth spirit, Gnome. It was the first time I'd ever seen them in person, but there was no mistaking who they were. That's a mighty exclusive club. Can't imagine they hang out with a lot of mortal girls. Yeah. Oh yeah. Unsterbliche Mädel oder sowas in der Art. Der denkt irgendwann auch jetzt. Wo bin ich jetzt hineingeraten? Was mach ich jetzt mit dem? Oh man. So, gucken wir mal. Anscheinend müssen wir jetzt da nach oben. Woops. Gotta straighten my scarf. You sure do love that thing. Don't you? It's one of Fismaj's finest. Custom made for yours truly. I don't know much about brands, but it does look good on you. You gotta be careful about what you wear, kid. It's how the world judges a man. I'd rather think what's inside is what counts. Yeah. And this is how what's inside gets projected to the outside. You don't believe some people shape what's outside in order to conceal the ugliness within? Well, if you can't see through a false front, isn't that your problem? So you blame the victims for being deceived? If that's really what you believe, Alvin, it tells me all I need to know about what's within. Man, I sure slipped up this time, huh? Yo, wir sehen uns in den nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir werden dann sehen, was für uns denn noch im Dorf, alles, ja. was beim Dorf alles noch auf uns zukommt. Ich danke auf jeden Fall für's Zuschauen, Leute. Und ja, macht einfach Bock, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Jo, haut rein.